Oh mein Gott, der hat voll... Digga, gib mal ein bisschen was ab! Nimm dir echt nicht los! Ey, hör doch mal auf! Ich bin disconnected, Jungs, was auch rein? Nein! Hallo! Freunde, wir haben die 55.000 Abos erreicht. Ein großes Dankeschön an alle, die mich schon abonniert haben. Und natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich gerne hier abonnieren, Freunde. Einfach auf Abonnieren drücken. Wenn ihr nichts verpassen wollt, klickt ihr gerne noch auf die Glocke. Und viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wer AAN, DER, EY, Themen Shop nicht eingibt, tritt auf Legostein. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir Badwars, aber Horror-Badwars. So mit ganz gruselig und so. Und mit dabei ist der liebe Dema Schwanz. Mir sieht man nicht, weil ich bin ein Baum. Ey! Und mit dabei ist der Kitschwanz. Yo, was geht, Digga? Ich bin Bub, der Baumeister. Äh, ja. Ach, warte mal auf! Bitte. Eine normale Antwort, nur einmal in meinem Leben, bitte. Hallo. Und mit dabei ist der Budak. Äh, Budak, da sieht man nicht, das ist zu dunkel. Du musst was sagen. Sag was, Budak, komm, tu es. Tu es, Budak. Okay, dann nicht. Freunde, ich würde sagen, wir legen los. Let's go! Okay, Freunde, dann würde ich sagen, starten wir jetzt. Jungs, seid ihr bereit, auf Schnaupen zu kriegen? Wenn ich weiß, was ich mache, ich gehe jetzt direkt in die Mütze. Geht schon los? Ja, geht schon los. Holt mal euer Holz. Okay, Freunde, hier haben wir das Healing. Aber das ist alles umsonst. Das heißt, wir nehmen natürlich das Beste mit. Ey, es gibt kein Sixpack, warum? Egal, wir nehmen den Schlöfi mit. Wir haben direkt 200 Holz. Das heißt, wir können uns direkt eine geile Waffe holen. Was nehmen wir denn? Oder du könntest direkt in die Mitte. Mach ohne runterschießen, oder? Ja. Eher runterschießen einfach nicht runter. So, auf eklig runterschießen ist schon nicht cool. Also lieber dann gegenseitig abschießen, würde ich sagen. Hallo, Dicking. Oh, da feiten die Leute schon. Gehen wir direkt mal hin, Freunde. Aha. Wer kriegt da auch Fressen? Dicking angeknallt? Angeknistert. Angeknistert. Glück gehabt, Dicking, Digga. Bude. Hättest du bessere Waffe gehabt, als ich runden weg. Digga, er holt sich direkt Stein. Er holt sich direkt Stein, Jungs. Er hat schon eine krasse Waffe gleich. Okay. Let's go. So. Warte mal, seid ihr alle am sammeln, oder was? Komm mal, fighten, ihr Muschis. Ey, da wird jemand gepusht, Jungs. Äh, danke, dass du mich so exposed hast. Aua! Oh, uff. Ich hab überlebt. Okay, okay. Hier war jemand. Hier war jemand. Egal, wir nimm uns das Metall einfach mit, Freunde. Was los? Hä? Habt ihr jetzt alle geile Waffen, oder was? Außer Dicking, 100%. Dicking ist safe am fighten. Hä, ich hab geile Waffen. Was hast du für eine Waffe? Sniper? Ja, Bruder. Woher? Wie hast du das gemacht? Hast du Stein geholt? Ich war direkt ein Metall holen. Ach stimmt. Einer steht mit dir die ganze Zeit und holt alles. Ey, Jungs, wer hat mein Dings kaputt gemacht? Jetzt bin ich hier umsonst in der Mitte und kann nix machen. Wer hat meine Base kaputt gemacht? Da meine Brücke, hä? André, zeig dich nochmal. Nö. Soll ich jetzt hier in der Mitte rumlaufen und ihr schießt mich alle ab? Kommt mal, fighten alle. Was ist los? Ich möchte nicht falten, ich habe Angst. Decken. Vorher ist mal Heilung, Digga. Ich raste dich jetzt mit Metall, Digga. Ich brauche auch Healing. So ernsthaft ist das jetzt. Oh, ich habe gar kein Healing mitgenommen vorhin. Ja, ich auch. Ach doch, ich habe Healing mit. So bist du, mein Lieber. Komm doch her. Ja, wo bist du? Komm, ich bin noch in der Base. Glück nicht. Wallah. Wer ist blau, Digga? Der hat sich noch gar nicht irgendwo hingebaut. Wie geht es dir so? Was machen Sachen? Okay, Dicking ist down. Wir klauen seine Waffe, Freunde. Digga, ich kann auch nie im Leben so schlecht sein, Digga. Ja, du hast lange Pause gehabt, Bro. Das Leben ist dann schwer. Oh mein Gott. Dicking? Ey. Dicking. Oh, das schmeckt. Ey, kämpf wie ein Mann mit Spitzhacke. Schmeckt. Ach so, warum sollte ich, Digga? Mach doch. Wir müssen uns verstecken. Warum sollte ich? Gib mir einen Grund, Bro. Gib mir einen Grund. Wo bist du? Zeige ich dir nicht. Dicking? Digga, baust du jetzt mein Bett ab? Ja. Warte, das schritt nie wieder mit dir. Ich baue gerade ab. Das schritt nie wieder mit dir. Ey, hoch. Ey, Jungs, es gibt Web, komm doch mit dir. Dicking, was ist mit deinem Bett? Der kriegt gerade aufs Schnauzen. Wo bleibst du, Digga? Oder warum hast du nur Sniper? Oh shit. Weil ich schon Eisen geholt habe. Nein, Dicking hat mich gekehlt. Nein. Ja, Barry. Aber sein Bett hat nur noch Half-Life, Freund. Ich will ja nicht pushen. Oh, ein Haar, Digga. Warum hast du so? Hör auf zu schießen. Ich seh dich. Okay, komm. Ich schieß dich nicht an. Ich hab nur Dicking angeschossen, der dich anschießen will. Sehr schön. Oh mein Gott. Aber mach jetzt nicht den Ehrenmann und schieß mir in den Rücken. Ich hab nicht genug Dings mit Tyrion, mich rüberzubauen, weil ich gepanickt hab. Wo ist Dicking? Wo ist er? Ah, da hinten. Oh, dicker Dicking. Was ist mit deiner Ehre passiert? Oh, geh schnell mit. Hol die Eisen. Ich cap einfach ab. Ey, Bruder, wir hätten einfach jetzt das Lose runterschießen müssen. Nein, du findest das ehrenlos. Wer runterschießt, darf nie wieder mitmachen. Ach, Bruder. Da bin ich schon der erste beiß. Eigentlich ist das eine Standard-Badwurst-Taktik, Digga. Ne, ne, ne. Runterschießen. Runterschießen. Ja, das Ding ist... Chill, 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 chill. Ich feier die nicht, Digga. Ich feier die nicht. Das war echt geil. Was geht ab? Ey, nicht auf! Mann, was seid ihr so? Bist du dumm, Digga, mit Metallbos. Ja, Digga, was soll ich sonst machen? Ich war in der Mitte, ich hatte nicht genug Holz. Mich schießen zwei Leute ab. Oh mein Gott. Mann, lass mich doch in Ruhe da hinten. Was ist los mit dir? Willst du auf Schnauzen oder was? Oh mein Gott, ich habe überlebt. Komm her. Schnauzen. Schnauzen. Ach man. Schnauzen. Wo bist du denn, Kitschwanz? Oh mein Gott, hier fliegt der Engel rum. Kommt doch. Ich bin's. Ach so, du bist... Chill, 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 chill. Okay, okay. Oh mein Gott. Digga, schieß mich von hinten ab. Oh mein Gott, der hat voll... Digga, gib mal ein bisschen was ab. Ey, hör doch mal auf. Digga, geiler Nudala. Ach so, das bist du. Warum mach ich das? Okay, ich mach sein Bett kaputt, ich mach sein Bett kaputt. Warum teamt ihr? Ja, du kannst sein mit D-King-Team, wenn du willst. Was seid ihr für ehrenlose Schweine? Ach so, er baut sein Bett ein, Digga, wie. Keine Ahnung. Ich baue auf, ich baue auf. Okay, ich baue auf, ich baue auf. Ey, ey, das... Wow. Schau mal, wenn D-King ein Erdmann wäre, würde der jetzt vielleicht helfen ein bisschen. Oder er pusht deine oder meine Bills. Er ist hier bei mir. Ich baue auf, ich mach, du mach mal auf. Okay, baue zu, ich baue auf. Ist das euer Ernst, Jungs? Oh shit, ist das euer Ernst? Digga, was machst du so? Oh shit, ich bin am Arsch. Okay, Bruder, ich haue ab, Digga, der Rest liegt an dir. Weil ich habe Angst, dass D-King meine Base abbaut. D-King, was machen wir da gerade? Was soll das von uns? Ich bin auch, Bruder. Ey, ey, bring bitte mein Bett um, bitte. Ich bin jetzt nicht für dich gerade zu spielen. Oh, geile Skar, Digga. Okay, André, Digga, jetzt kriegst du auch Schnauze. Jungs, mit der Skar müssen wir abhauen auf jeden Fall. Oh mein Gott, nein, ich habe alles verloren. Bitte rutscht alles runter in die Lava rein. Von mir? Ein bisschen? Komm, sei ehrlich, nur ein bisschen. Ich habe auch einen Monster Skin. Da muss man ein bisschen Angst haben. Komm jetzt zu dir. Warte. Wo bist du, mein Lieber? Hä? Ey, Mark, okay, alles gut. Wo bist du? Nein. Digga, er hat wieder die Premium-Sachen, Digga. Hast du Premium-Mitgliedschaft in Fortnite oder was? Oder wenn, ey. D-King? Ey, Bruder, ey, mach ruhig mal plötzlich weg. Lass mich in Ruhe. Ich habe ihn angeschossen. Komm mal, ja? Ne. Ich komme unbewaffnet rein. Ja. Ich glaube dir nicht, ich vertraue mir. Also, voilà. Okay, du kommst unbewaffnet. Was geht? Komm mal. Ja, ja? Immer High-Five, Bruder. Hab ich. Digga, jetzt. Jungs, geht mir bei mich kurz schnell. Komm, so richtig. Oh, Wut, hier wird hochgelaufen. Zungen-Tote. Warte. Und? D-King ist aufkommen. Oh. Achso, der Boden ist auch kaputt gegangen. Deswegen bin ich auch immer hier. Aber der Boden ist Lava. Ey, D-King ist One-Shot. Der Boden ist ja wirklich Lava. Weil du bist schon der Base One-Shot, Digga. Wo, 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 wo? Ich war schon jetzt. Rechts irgendwo habe ich den Stun-Shot gegeben. Digga, ich gehe offline. Ist ja kerlisch. Nein, bleib hier drin. Nein. Du kannst auch noch zugucken danach. Nein. Ich bin unfair. Ey, wieso unfair? Wir haben doch alleine gespielt. Weil ihr unfair spielt. Ich habe dein Bett alleine zerfällt, Digga. Hier war keiner. Geh weg aus meiner Base. Buda, sag mal, woher ist. Ach, hat der auf abzubauen, du bist. Okay, D-King ist raus. Digga, Buda, baut sich. Da so ein Kreuz mit Dings Base oben, dass die Erde rumcampten kann, Digga. Digga, du nimmst das richtig ernst. Das meine ich ja, Digga. Der chillt ja die ganze Zeit. Egal, kurz zurück zur Base liegen. Buda, warst du schon einmal woanders, Digga? Ja, ich war schon bei Kidman's Base. Ich habe ganz schön viel angeknistert. Echt? Der war bei mir mit dir zusammen, Digga. Hab ich hier geteamt. Und der chillt die ganze Zeit nach oben und snipe. Nie, 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 nie. Hört auf aus der Runde. Hallo. Hören sie bitte auf. Es hat wehgetan. Oh, ja. Mann, D-King, du bist raus. Geh weg. Ich helfe Kidman. Okay, Budak, die wollen Team, Budak, die wollen Team, okay, tu und tu, oder was, die Team, wir Team? Ja, komm. Digga, das kann doch nicht sein, das ist ja einfach Team. Ja, ihr Team doch gerade. Ja, weil ihr geteamt habt. Haben wir nicht. Achso, was hat KidMath hier gebaut? Er baut so Fenster mit Waffen rausnehmen und so ein Shit. Tschüss, KidMath. Ist er tot? Nein, du hast ihn nicht gekillt. Doch. Jetzt ist er bei seiner Base wieder, ich bin gerade bei seinem Bett. Nein. Sorry, Digga. Schlag, schlag, links, rechts, schlag. Nein, bitte. Ich muss nachladen. Nein. So, Andre, du kleiner Bostop-Degger. Ey, KidMath. Aber Budak hat auch nicht mehr lang zu lachen. Ey, warte mal, Budak, dein Bett. Ich bin disconnected, Jungs, was auch rein. Nein. Hallo. Budak, lange hast du nicht mehr zu lachen. Nein, es ist doch noch da. Ja, sag mal, es ist auf drei Läden. Hä, welches Bett, Digga? Hä, Budak? Wo ist eigentlich dein Bett? Oh, scheiße. Das ist weg, Digga. Ja, Freunde, anscheinend habe ich gewonnen, oder? Also, wenn es euch gefallen, lasst gerne ein Like da. Checkt die Jungs in der Beschreibung ab. Alle mal ein Herz in die Kommentare für KidMath, weil er beleidigt ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ciao. Ciao.